Wie ihr mit geringen Gewichten, mit niedrigen Gewichten einen Hypertrophiereiz hinbekommt. Wie ihr Muskeln aufbauen könnt mit wenig Gewicht. Dafür gibt es zwei goldene Regeln. Nummer eins, das Volumen muss dasselbe sein. Heißt, wenn du jetzt hergehst und mit 100 Kilo deine Arbeitssätze machen würdest, 100 Kilo, 10 Wiederholungen, 5 Sätze, heißt 10 mal 100 pro Satz, das sind 5 Tonnen. Wenn du jetzt mit 50 Kilo das aber machen musst, dann musst du einfach 20 Wiederholungen machen. Die zweite Sache, die entscheidend ist, du musst in die Nähe des Muskelversagens kommen. Wir müssen nicht komplett ans Muskelversagen kommen, aber in die Nähe.